Das Mikrofon des FI-TV-Sticks kann man ganz einfach hardwaremäßig zerstören, wenn man absolut sicher sein möchte, dass Amazon im Wohnzimmer nicht mehr mithören kann. Das Ganze geht natürlich auf eure eigene Gefahr und ihr verliert dabei vermutlich auch die Garantie an dem Gerät. Zuerst entfernt man die Batterien. Ich habe hier das Gerät, bei dem die Batterien hintereinander eingelegt werden. Die Methode funktioniert wohl auch bei dem Gerät, bei dem die Batterien nebeneinander eingelegt werden. Dann bohrt man mit einem kleinen Bohrer in das Loch, hinter dem sich der Lautsprecher versteckt. Das ist das Loch oben in der Mitte. Ich habe das Ganze sehr vorsichtig gemacht und zwischendurch immer wieder die Batterien reingemacht und geschaut, ob das Mikrofon noch funktioniert. Leider habe ich einen Fehler beim Aufnehmen gemacht und habe nicht den Moment erwischt, in dem das Mikrofon auch tatsächlich durchbohrt wurde. Aber glaubt mir, das Ganze war sehr unspektakulär und sah eigentlich genauso aus wie hier, nur dass eben ein paar mehr Späne rauskamen. Wenn alles geklappt hat, leuchtet die LED nicht mal mehr auf, wenn man die Taste drückt und einen Sprachbefehl eingibt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und vielen Dank bis zum nächsten Mal. Alexa, starte YouTube.